Nach der Bitcoin-Konferenz am Wochenende sind wir jetzt bei BTC wieder bei den 70.000 Dollar abgeprallt und so langsam macht sich ein bisschen Ernährung breit und wir wollen mit euch zusammen mal auf ein paar wichtige News gucken, um die ganze Situation mit euch zusammen richtig einzuordnen. Herzlich willkommen bei Hallo Krypto, wir sind zurück mit einem Marktupdate, natürlich mit den Eindrücken der gerade erst vergangenen Bitcoin-Konferenz in Nashville, die große Rede von Trump, von Kennedy Junior und so weiter, aber das ist nicht alles, wir gucken natürlich auch auf die Ereignisse, die das Ganze dann nach sich gezogen hat, vor allen Dingen, wie Jan gerade schon gesagt hat, der Abpraller, wieder einmal waren es die 70.000 Dollar, die für Bitcoin eine Schranke aufgebaut haben, über die sie nicht drüber gekommen sind. Die Bullen, das heißt, die Bären haben erstmal kurzfristig das Kommando übernommen, aber wir wollen schauen, wie dramatisch ist es in Wirklichkeit, ist das jetzt ein kleiner Rücksetzer, holen wir nochmal Schwung, greifen da wieder an oder stellt sich wirklich langsam eine Ernüchterung ein. Vielleicht muss man sagen, waren die Erwartungen für die Konferenz und was da alles drumherum passiert, ist auch ein bisschen sehr hoch, das ist jetzt etwas, wo wir mal drüber sprechen wollen, dafür haben wir jede Menge spannende Informationen dabei, wir gucken aber vor allen Dingen auch nicht nur auf diese Konferenz, das ist ja quasi die Rückschau, sondern wir gucken auch auf aktuelle Ereignisse und werfen den Blick ein bisschen voraus. Es gibt ein Gerücht, wonach Bitcoin von der US-Regierung vielleicht verkauft wird, bisher zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, wurde noch nichts verkauft, da haben andere YouTuber schon Alarm, Alarm geschrien, das machen wir nicht, ihr kennt uns, insofern wir versuchen da sachlich zu bleiben, aber es wurden viele Bitcoins bewegt im Wert von um die 2 Milliarden US-Dollar, das ist nicht wenig von der US-Regierung und ja, das auf jeden Fall ist ein Faktor. Dann gucken wir aber auch auf interessante Entwicklungen, wo kann vielleicht der neue Schwung herkommen und wir wollen schauen auf Bitcoin-Chart, Bitcoin-Dominance-Chart und wir gucken vor allen Dingen auch auf Ethereum, da ist ja quasi im Schatten völlig fast in Vergessenheit geraten, ist ja auch der Start der ETFs gewesen. Insofern wollen wir mal schauen, wie hat sich das gezeitigt und welche Ergebnisse konnte Ethereum da in der ersten Woche einfahren und wie sieht es auch da für die Zukunft aus. Insofern, vor das Programm für euch, bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran, lasst gern ein Like da, wenn es euch gefällt und schreibt einen Kommentar, wie ihr die Situation einschätzt und wie immer keine Finanzberatung. Tsi, ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich hätte mehr erwartet vor einiger Zeit, also im letzten Bullenmarkt hat es noch gereicht, wenn Elon Musk mal einen Tweet macht, dann ist Bitcoin gefühlt 20% nach oben gegangen und diesmal ist wirklich der wahrscheinlich nächste Präsident der USA, Donald Trump, wir wissen es nicht genau, aber viele gehen davon aus, redet auf der Bitcoin-Konferenz und was passiert? Nicht wirklich was. Naja, ich meine, es ist so, die Erwartungen waren auch extrem hoch und man muss sagen, auch der Fairness halbe, wir gucken gleich nochmal auf eine kleine Zusammenfassung von diesen Dingen, die da alle gesagt wurden, aber vor ihm hat ja Kennedy Junior geredet, der ist ja auch Kandidat für die Präsidentschaft, aber ehrlich gesagt, der hat null Chancen als unabhängiger Kandidat Präsident zu werden, deshalb kann der natürlich loslegen und der hat die Latte sowas von hochgelegt, da konnte Trump, der ja dann vielleicht wirklich mal in Verantwortung kommt, nicht rüber gehen. Deshalb, was ihm negativ ausgelegt wurde, dem Trump, ist, dass er nicht klar gesagt hat, wie Kennedy, ich kaufe jetzt jeden Tag für 50 Millionen oder sonst wie Bitcoin ein, also Freunde, manchmal muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ich finde es überaus positiv und hier ist eine Zusammenfassung auch von der recht bekannten Layla Halpern hier links, das ist mal eine Übersicht mit verschiedenen der Dingen, die da passiert sind, die Trump gesagt hat, also er wird Gensler feuern, er sagt, er will alle Bitcoins behalten, die die USA hat, er sagt, Bitcoin wird Gold vom Market Cap überholen, ja, er sagt, er wird niemals CBDCs zulassen, all solche Dinge, ey, das sind starke Aussagen. Aber Chi, du hast vollkommen recht, er legt sich nicht wirklich fest, er macht einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen Strohfeuer würde ich es fast mal nennen, so alles schöne Sachen, was er sagt, aber er nennt keine Zahlen. Er ist ja auch ein verdammter Politiker, ich meine, wir wissen am Ende, das ist auch ein Wendehals, der macht die Dinge so, wie sie ihm passen, also ich glaube nicht, dass Trump irgendwann ein schlaues Buch über Bitcoin gelesen hat und gesagt hat, ey, ich bin jetzt Orange Bild und hab jetzt nicht nur die orange Frisur, sondern hab jetzt auch das orange Herz und kaufe Bitcoin, nein, er hat erkannt, dass es eine große Anzahl Wähler gibt, die das interessiert, dass die Demokraten da total abgelost haben und er nimmt die Gegenposition ein. Ist für uns gut an der Stelle, ich kann sonst und wir können sonst über Trumps Politik keine Aussage machen, aber was Krypto angeht, ist er auf jeden Fall aktuell das kleinere Übel in den USA. Ein Maxi ist er nicht geworden, ansonsten hätte er nicht so oft in einem Satz die beiden Wörter Krypto und Bitcoin genommen. Da hat sich ja der ein oder andere drüber aufgeregt, aus der Maxi-Bubble, aber völlig egal, Trump hat das so gemacht und ist auch völlig vernünftig so, weil letztendlich, ihr kennt unsere Haltung zu dem Thema, Altcoins und Bitcoin zusammen bilden Krypto und Kryptos überdacht. Alles hat seine Berechtigung, man muss immer für sich gucken, jedes einzelne Projekt prüfen. Was aber cool ist, während dieser Konferenz, die hat ja drei Tage dauert, mit dem Hochpunkt dann am Samstag mit der Trump-Rede, da ist einiges passiert und das sind wiederum harte Fakten, das sind belastbare Sachen, schaut mal her. Es ist jetzt so, dass drei US-Bundesstaaten schon für ihre Rentensysteme Bitcoin kaufen über die ETFs Wisconsin, Michigan, Jersey City, also Bundesstaaten oder halt federale Einheiten wie eine Stadt eben auch. Und auch Louisiana, da hat sich der Gouverneur hier aus der Deckung bewegt, hat auch gesagt, wir sollten diese strategische Bitcoin-Reserve aufbauen, das was ja auch Trump angedeutet hat, auch ohne Zahlen zu nennen. Und jetzt weiß man nicht genau, meint der Gouverneur, dieser Jeff Landry da von Louisiana, meint der eine eigene für den Bundesstaat Louisiana gültige Bitcoin-Reserve oder unterstützt der diesen allgemeinen Staatsplan, das weiß man nicht, aber es ist egal, wie es kommt, positiv. Wir können festhalten, ob klein, ob groß, alle rennen auf Bitcoin los, ja, also die kleinen Staaten, die großen Staaten. Richtig poetisch. Ja, da kommt der Poet bei mir durch. Lass mal ein Like da für Jans Poesie oder auch ein Dislike, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Er macht auch nicht weiter und wir fangen auch nicht an zu rappen, keine Sorge. Also, wir gucken mal, was ist denn während der Konferenz passiert und zwar mit dem Kurs und dementsprechend auch mit der Liquidierung, dafür die Liquidation Heatmap, mal zum Zeitpunkt, wo wir das Video machen. Hier extra mal der Zeitpunkt der Rede von Trump, da sind wir schon einmal hoch, dann gab es hier ein bisschen erste Enttäuschung, dann haben viele gemerkt, aha, sieht ja doch ganz ordentlich aus, dann ging es wieder hoch und danach dröppelte es runter und dann kam hier im Nachgang nochmal der Angriff, dann in den Sonntag rein und dann sind wir hier final an der 70.000er Marke oder minimal drüber gescheitert. Da liegt eine Menge Liquidität drüber und noch weiter, sieht man jetzt hier nicht bei 72.500 etwa, da ist dann noch mehr Liquidität, die schon länger dort liegt, aber soweit ging es gar nicht. Krasser Abverkauf, aber man sieht auch hier ganz viele Longs liquidiert worden, die sich seit diesem Punkt hier gegen Ende der Konferenz aufgebaut hatten. Das war natürlich auch für die Market Maker ganz charmant, weil es doch eine relativ enge Range war, in der halt viel abgeräumt werden konnte. Und ehrlich, es war ja auch so, dass der Markt hat, glaube ich, in den letzten zwei Wochen 20% gewonnen, roundabout, da muss auch mal wieder Luft rausgelassen werden, also ich sehe es gar nicht so kritisch. Nee, aber trotzdem ist es enttäuschend, dass wir halt wieder bei diesen 70.000 Dollar abgeprallt sind und das ist so ein bisschen, für alle, die jetzt schon länger dabei sind oder länger in diesem Bullenmarkt dabei sind, wir prallen die ganze Zeit da oben ab. Wir werden nachher nochmal ganz genau natürlich auf den Charter drauf gucken, aber das ist so ein bisschen die Ernüchterung von dem, wo wir am Anfang gemacht haben. Definitiv und die zieht sich natürlich durch, aber ich glaube, es ist auch aktuell und das ist so ein bisschen für heute auch ein Punkt, den wir euch rüberspielen wollen, gespannt, wie ihr darüber denkt, aber wir wollen euch sagen, es ist, glaube ich, der Moment nicht zu sehr auf die Charts zu gucken, sondern zu gucken, was sich drumrum aufbaut. Und da haben wir noch eine spannende Sache, nämlich auch, wie politisch das ganze Thema wird. Schaut mal her. Ja, der Winkelfoss, ich weiß jetzt nicht welcher von den beiden, aber die beiden Brüder, genau, der Taylor, der redet jetzt tatsächlich so rum, okay, auch die Demokraten werden langsam bullischer in Bezug auf Krypto, aber wenn ihr es wirklich werdet, dann nehmt doch jetzt mal ein bisschen Wind aus dem Segel, schießt doch nicht mal mehr gegen Krypto und hört doch mal auf, jetzt hier dieses vier Jahre Terror gegen Krypto da mal jetzt wirklich gegenzulenken, darauf warten die jetzt, da haben sie ja vollkommen recht. Ich sage dir, was völlig sinnvoll ist, weil während Trump und die Republikaner ja nicht an der Macht sind, die können nur Ankündigungen machen, was davon am Ende kommt, weiß keiner, aber die Demokraten könnten, die könnten jeden Moment den ganzen Quatsch, der gegen Krypto gelaufen ist, unter ihrer Ägide, könnten sie sofort zurückfahren und das ist die Aufforderung von Winkelfoss und das ist schon sinnvoll. Ja, und ihr seht, der Winkelfoss kommt ja gleich nochmal zum Tragen, er sagt, also falls da wirklich ein Abverkauf kommen sollte, wäre das natürlich eine Clowns-Nummer von Biden-Harris-Regierung, aber so weit ist es nicht. Wir sehen hier auf jeden Fall die Administration, also die Regierung, Biden-Harris muss man ja immer doppelt nennen, weil Biden ist ja schon halb unzurechnungsfähig und Harris wird ja aufgebaut als neue demokratische Präsidentschaftskandidatin. Auf jeden Fall, diese Regierung hat jetzt veranlasst, dass uns zwei Milliarden Bitcoin bewegt wurden. Seien wir nochmal ehrlich, so richtig beherzt, so richtig beherzt gehen die Demokraten nicht an die Sache Bitcoin ran, ne? Nein. Sie wollen jetzt ein bisschen mitmachen, um auch ein paar Wählerstimmen abzuholen und sowas, aber richtig so mit Schub da richtig reinzugehen, das machen sie nicht. Kamala Harris hatte ja auch eine Einladung, auch auf der Konferenz zu sprechen, wollte sie aber nicht oder konnte nicht oder ja, aber ich denke, die Demokraten, wie du sagst, so richtig Freunde davon sind sie nicht. Eigentlich sind sie Freunde der CBDCs und der Kontrolle, also was Krypto angeht, ist es relativ klar, wie die Fronten verteilt sind, also da kann man von den Demokraten nicht viel erwarten. Wenn sie weniger stören sozusagen, ist es schon gut. Aber ja, es gibt aber trotzdem auch eine Minderheit bei den Demokraten, die sich mehr für Krypto einsetzt, also die Sache kippt und es wird politischer. Was aber auch gut ist, was letzte Woche auch überschattet von dieser Konferenz passiert ist, was viele gar nicht so wahrgenommen haben und das ist ein Grund, warum wir 20% Anstieg hatten in den letzten zwei Wochen, ist das hier. BlackRock kauft weiter ein, ja, wieder letzte Woche 11.291 Bitcoin gekauft und man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, dabei sind nur 2.250 Bitcoins gemintet worden, das heißt, wir haben eine immer weitere Verknappung bei Bitcoin, das wird immer deutlicher. Das ist das wöchentlichen Nachschub sozusagen, Angebots wurde weggekauft und das nur allein von BlackRock und Quinten, der gleiche Twitterer fest, hier auch schön zu sagen, BlackRock kauft, Fidelity kauft, Bitwise, Michael Saylor, Michael Dell vermutlich auch, Pensionsfonds und öffentlich gehandelte Companies, wir haben die Kryptoadaption im Institutionellen, das ist der Cycle und das ist auf jeden Fall eine super Nachricht und deshalb wahrscheinlich werden wir in den nächsten Monaten noch eine richtig dolle Nummer sehen bei Bitcoin, aber das ist so, die Institutionellen sind langsamer. Die machen ihre Moves, aber sie machen sie eben nicht so aus der Hüfte geschossen wie die Retailer und ihr seht ja auch, bei vielen Altcoins tut sich auch wenig, auch da wird noch was kommen, denken wir, allerdings vermutlich nicht in dem extremen Maße wie im letzten Cycle, machen wir mal ein eigenes Video zu in Kürze, warum wir glauben, dass bei Altcoins eine ganze Menge Nieten diesmal in der Verlosung sind, allerdings auch krasse Gewinner, aber wie gesagt, anderes Thema. Es ist ja so, wie du gerade gesagt hast, die großen Institutionellen, da geht es nicht so schnell, die können nicht einfach mal so, ey hier, ich mache mal Wallet auf, kaufe mir jetzt mal ein paar Satoshis, nein und heute hat ja tatsächlich BlackRock auch angekündigt, dass man noch bis Ende des Jahres weiter Bitcoin kaufen will, das heißt, da wird noch ziemlich viel Geld reinfließen. Da wird Geld kommen und wir sehen in Summe tatsächlich eine gute Entwicklung, das spiegelt sich auch im Fear and Greed Index wieder, der hat sich binnen von einem Monat von 4 von 30 geresettet, der sind jetzt ein Punkt unter Extreme Greed, also extremer Gier, das ist schon heftig und da muss man sagen, ist viel in Bewegung gekommen. Auch der gute Plan B, bekannt aus Funk und Fernsehen, hat man früher gesagt, also aus dem letzten Cycle mit seiner 100.000 Dollar Ankündigung, hat jetzt wieder einen rausgehauen. In drei bis fünf Monaten sagt er eine Verdopplung voraus für Bitcoin, aber Leute, ganz ehrlich, ich glaube, das kann schon passieren, wenn es wirklich einen enormen Schub gibt, dann könnten wir eine wilde Jahresendrallye erleben, vielleicht mit Präsidentschaft von Trump, zweite Präsidentschaft mit Pro-Krypto-Agenda, vielleicht mit einer konkretisierten Aussage zu einer Bitcoin-Reserve-Asset-Strategie und so weiter. Also da kann einiges kommen, plus natürlich, dass auch viele, viele andere Institutionen, von denen Jan gerade gesprochen hat, dann noch zuschlagen und ein Punkt, da haben wir ja auch schon mal laut drüber nachgedacht, dass wenn es konkreter würde mit dieser Reserve-Asset-Geschichte, das ist jetzt nicht der Fall, weil Trump sich halb bedeckt gegeben hat, halb. Aber in dem Moment, wo er auch sowas machen würde wie Kennedy Jr. und sagen würde, ich kaufe jetzt jeden Tag für x Millionen Bitcoins für die nächsten Jahre oder was die Senatorin Cynthia Loomis, die ja auch Pro-Krypto schon seit vielen Jahren auch auf der Konferenz gesagt hat, sie wird einen Gesetzesentwurf einbringen, der eine Million Bitcoin über die nächsten fünf Jahre kaufen würde für die USA. Meint ihr, was andere Länder dann machen, die gucken doch nicht zu, wie sich die USA fünf Prozent des Bitcoin unter den Nagel reißt. Also das würde in einen Wahnsinns-Rallye reingehen und deshalb, es ist machbar, was der Plan B da sagt, es ist nicht komplett ausgeschlossen. Und wir werden ja auch ein bisschen Rückenwind kriegen von der gesamten makroökonomischen Situation, weil es wird auf jeden Fall eine Zinssinkung kommen in diesem Jahr, das ist ganz klar, die Frage ist wann, aber wenn sie kommt, dann strömt auch wieder Liquidität in den Markt rein und das würde bedeuten, dass auch wieder Geld für Assets wie Bitcoin locker sitzt. Ja, unbedingt und die nächste FED-Sitzung, also der Zentralbankrat, sie kommt ja zusammen jetzt am 31.07., da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen da bleiben, wo sie sind, sehr, sehr hoch, nur fünf Prozent gehen davon aus, dass sie sinken, aber im September, da haben wir fast 90 Prozent, die sagen, die gehen Viertelpunkt runter und sogar zehn Prozent, die sagen, gehen einen halben Punkt runter. Das wäre ein Riesending, das würde die Märkte enorm pushen und wie habe ich es heute irgendwo aufgeschnappt, da sagte jemand diese Situation betreffend, es wäre natürlich für die Demokraten auch clever, im September die Zinsen zu senken, dann würde so ein Sugar Rush einsetzen, so ein Pump, das heißt, es würde die Börse bis zur Wahl im November nochmal gut aussehen lassen, würde der aktuellen Regierung helfen und falls dann danach die Börse kippen, wie es meistens so ist, nach Zinssängung kippen, denn die Börsen nach ein paar Monaten und die Demokraten verlieren, würden sie halt das Desaster den Trump überlassen. Also insofern ein bisschen clever, aber das ist Spekulation, in jedem Fall, genau wie Jan sagt, die Liquiditätssituation sollte ab September besser werden und das passt, da haben wir jetzt keinen Chart zu, aber das könnt ihr gerne selber nachschlagen, das passt total zur Zyklik, das heißt, wir haben im Sommer immer diese zyklischen, ruhigeren und schwächeren Phasen, sowohl bei den Aktienmärkten beim S&P 500 als auch bei Bitcoin und dann aber ab zweite Hälfte September, vor allen Dingen aber in Oktober, November, Dezember rein, das könnt ihr auch nachgucken, bei den monatlichen Resultaten von Bitcoin hat man meist die besten Resultate, die besten Gains. Deshalb gucken wir jetzt auch mal auf den Chart von Bitcoin und wollen da mal die Big Picture Perspektive einnehmen. Normalerweise gucken wir an dieser Stelle auf den Chart immer in der Tagesbasis im US-Dollar, aber diesmal wollen wir ein bisschen rauszoomen, um das ein bisschen im Big Picture einzuordnen und haben deswegen die Monatsbasis mal ausgesucht und gucken wir mal, wie es da aussieht bei Bitcoin. Wir haben ja gesagt, es gibt vielleicht ein bisschen Ernüchterung da, aber wir wollen das richtig einordnen und aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, wirklich keinen Grund in irgendeiner Form jetzt Trübsal zu blasen, weil schaut mal her, das hier war der Corona-Crash Anfang 20, da hat man ein signifikantes Tief gehabt und wenn man diese Trendlinie zieht, was wir hier schon getan haben, ja, da haben wir die einmal berührt, Januar 23 und da ging es hoch, hier war das Tief Dezember 22, ja, da haben wir das Tief, das Cycle gemacht und dann ging es nur noch hoch, dann haben wir es hier nochmal touchiert, aber jetzt sind wir ganz schön weit weg von dieser Trendlinie. Die ist total intakt, plus auch diese rote Linie, das ist der 200-Tage-Durchschnitt, den haben wir hier kurz unterschritten, jetzt berühren wir ihn wieder mal, aber berühren macht nichts, hier haben wir ihn auch mal berührt, das war im Oktober 20 und ihr seht, was danach passiert ist. Also, es ist vollkommen okay und wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen, zeige ich euch gerne noch was, wir wollen noch ein bisschen zeichnen, ja, wir sind ja hier ein kreativer Kanal, schaut mal her, so, diese schöne Flagge, die ist jetzt etwas länger, das sind 3, 6, 8, 9, 10 Monate, weil wir hatten diesen Crash hier natürlich durch Covid. Wenn man aber das sich anguckt und vergleicht, was ist danach passiert, ja, danach haben wir hier diesen riesen Anstieg gehabt und wenn man sich anguckt, was wir aktuell haben, dann sieht das doch für mich wirklich vergleichbar aus. Also, wir haben wieder eine Flagge, die noch nicht so lange ist und der vorausgegangen, hatte ich jetzt gar nicht gezeigt, ist auch ein toller Anstieg gegangen, diesen vorausgehenden Anstieg hatten wir. Also, es erinnert sehr stark an den letzten Cycle, oder? Ja, da wird der Spruch, in doubt, zoom out, mal wieder völlig auf seine Richtigkeit bewiesen hier in diesem Chart und auch mit diesen Flaggen, ganz klar. Leute, ganz im Ernst, es ist ja tatsächlich so, wir warten jetzt alle darauf, dass wir endlich über die 70.000 rüber gehen, dass wir endlich über die 72.000 rüber gehen, um dann ein neues All-Time-Height zu machen. Und Chi, ich freue mich schon unglaublich auf diese Zeit, wenn es dann bei dieser Price-Discovery wieder da ist, also wenn wir wieder gucken, wie hoch ansteigen kann. Also, darauf warten wir, darauf gucken wir. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir es dieses Jahr noch schaffen werden, aber wir brauchen Geduld, das braucht man bei Krypto, bei Investment sowieso. Chi, jetzt die große Frage, wie sieht es denn generell aus bei Bitcoin, auch bei den Altcoins? Und dafür gucken wir auf die Bitcoin-Dominance, auch hier sind wir mal im Monatschart unterwegs und hier haben wir auch seit dem Tief der Bitcoin-Dominance, da ist Bitcoin ganz stark gefallen, auch das war das Cycle-Tief, eine Aufwärts-Trend-Linie und die, im Gegensatz zum Bitcoin-Kurs, haben wir diese Aufwärts-Trend-Linie jetzt nach unten schon durchstoßen. Wir sind zwar immer noch über diesem roten 200-Tage-Durchschnitt, aber die Dominance scheint sich abzuschwächen, sie ist die letzten Tage bis gestiegen, aber im Big Picture sehen wir sie hier so langsam austoppen. Könnte tatsächlich bald passieren, es haben auch jetzt immer wieder, das sieht man in den Monatskerzen sehr schön, immer wieder hier diese Wicks dran, immer diese Dochte, ja. Da ist tatsächlich nichts, was Bitcoin noch höher treiben konnte, also die Dominance schafft es nie über diese 56 rüber, das ist so ein bisschen das, was man hier sehen kann im Big Picture. Jetzt gucken wir auch nochmal auf die Tagesbasis und da sieht man, dass Bitcoin natürlich jetzt durch den Anstieg der letzten zwei Wochen wieder hochgegangen ist, aber ihr seht, diese Aufwärts-Trend-Linie von unten jetzt zum Widerstand werden, wurde nicht gerissen, im Gegenteil, es geht wieder zurück. Das heißt, die Bitcoin-Dominance hat hier so einen Bereich, das kann man relativ gut markieren, der ist wirklich hier so immer wieder angelaufen worden und der wird nicht genommen. Das ist wirklich so diese 56 bis 57 Prozent und es ist durchaus, vor allen Dingen für alle, die auf die Altcoins schauen, natürlich interessant zu sehen, geht das wieder runter, kommen wir runter und da ist idealerweise dann irgendwann auch der Riss der 200-Tage-Linie gut und dann gehen wir natürlich auch in bessere Zeiten für die Altcoins. Aber lasst uns mal generell gucken auf den Sektor und was ist heute los, was ist passiert, das hier sind mal die Crypto-Bubbles, wenn wir jetzt über Altcoins sprechen, können wir mal schauen, welche Altcoins machen denn heute an einem eher schwächeren Tag einen ganz guten Job und da finde ich, können wir auch mal darauf hinweisen, haben wir vor Kürzen gesagt, die Coins, die im Kontext der Ethereum-ETFs jetzt im Ecosystem Ethereum mit drin sind, die kriegen natürlich ein bisschen Rückenwind und das kann man jetzt tatsächlich sehen. Also hier Maker ist ein Ethereum-Projekt, aber natürlich auch ein Landing-Borrowing-Protokoll, also das spiegelt sich heute schon wieder, auch wenn Ethereum vielleicht noch nicht den ganz großen Jump nach oben gemacht hat, das Ethereum-Ecosystem ist in alle Munde, hier was haben wir noch? Ethereum-Name-Service, dann kann man sagen, ja auch sowas wie Ethereum, ja hier Uniswap ein bisschen, aber ihr seht, mehrheitlich doch eher rot, aber die Ethereum-bezogenen Projekte doch eher grün, das ist schon mal ganz anständig und das macht uns natürlich Hoffnung. Aber Chibi, wie ist es denn überhaupt gelaufen bei den Ethereums jetzt in der letzten Woche? Es ging ja los, komplett, komplett an den Tisch gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. So ein Ereignis, Ethereum kriegt ETFs und kaum einer spricht drüber. Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht der einzige Kanal sind, der überhaupt noch darüber spricht ein bisschen, nein, wahrscheinlich nicht, aber Leute ehrlich, ist es euch auch so gegangen, dass das Thema komplett an euch vorbeigegangen ist, dass es so untergetaucht ist, ja. Wir mussten tatsächlich uns selber disziplinieren, mal drauf zu gucken, weil natürlich diese Bitcoin-Situation, die Konferenz hat alles abgesaugt an Aufmerksamkeit, aber hier sind die Zahlen, ihr seht sie hier links von uns, da haben wir einen ganz ordentlichen Start, würde ich es mal nennen, nämlich, ihr seht den Vergleich, Bitcoin-ETFs erste Woche, Ethereum-ETFs erste Woche und da 27 Prozent des Geldes, was in Bitcoin in der ersten Woche geflossen ist, ist auch in Ethereum geflossen. Das ist mehr als ein Viertel, das ist eine ganze Menge. Viertel ist gut. Also das ist auf jeden Fall gut, aber es ist trotzdem so, wir warten noch so ein bisschen auf den Push, auf den Pump von Ethereum. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, dass es letztlich ähnlich verhält wie bei BTC, dass erstmal abgekauft wird. Es gibt Gründe, ne? Genau. Also hier sieht man, es gibt bestimmte Player, die sind jetzt dabei, Ethereum wieder rauszuschmeißen. Grayscale logischerweise, ähnliche Situation wie dem Grayscale BTC Trust damals, haben wir auch hier einen relativ großen Bestand, wo jetzt viel abverkauft wird. In Summe trotzdem, guckt mal, wie viel die anderen aufgesaugt haben, nicht schlecht. Wir sind trotzdem in Summe in der ersten Woche ein bisschen negativ. Das erklärt auch die Price Action, die wir gesehen haben bei Ethereum. Wir sparen uns heute mal den Chart von Ethereum, weil da ist nicht so viel Spannendes passiert. Machen wir beim nächsten Mal gern wieder. Wir werden das mit den ETFs auf jeden Fall verfolgen. Aber es gibt generell Hoffnung, wenn dieser Abverkauf, hier wird das auch beschrieben von diesem Twitterer hier, der sagt es relativ gut voraus, wenn der Markt diese Abverkäufe von Grayscale verdaut hat, dann sieht es gut aus und die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Trotzdem gibt es ein Problem bei Ethereum und das ist so ein bisschen die Story. Was will man denn als Story verkaufen? Bei Bitcoin ist es ganz klar gewesen, Bitcoin ist das Store of Value, das Gold 2.0. Und bei Ethereum ist es schwieriger, so ein Laien das zu erklären. Was ist Ethereum? Wofür steht es eigentlich? Und das sagt auch dieser Artikel hier, das ist tatsächlich so, womit einige, nicht alle mit Sicherheit, aber einige Fremde, das sagt zumindest diese 10x Research, die sagen an der Wall Street, da sind ja auch sehr viele klassische Investoren unterwegs, die haben Probleme sozusagen, Ethereum greifbar zu machen, zu verstehen. Das wird sich aber auch ändern und es ist immer so. Es gibt immer die Early Adopter und es gibt immer die zurückhängenden, die Laggards, die später kommen. So wird es auch bei dem Aufspringen auf die Ethereum ETFs sein. Und ich bin sicher, dass steigende Preise, die dann wahrscheinlich kommen, wenn der erste Abverkauf durch ist, auch da mehr Interesse wecken würden. Sieh, du hast komplett recht, weil wer hat denn vor fünf Jahren Bitcoin verstanden? Das waren ja auch nicht so viele. Jetzt ist es so, jetzt sind wir halt ein Layer weiter, beziehungsweise jetzt haben wir bei Ethereum, das ist ein richtiges Crypto-Projekt und da wird es auch mehr Verständnis, mehr Aufklärung reinfließen und dann werden Leute missverstehen und dann werden Leute auch mehr investieren, ganz klar. So sollte das aussehen, das ist ein bisschen der Ausblick und wir hoffen, dass es euch ein bisschen auch hilft, die Situation einzuordnen. Wir denken, die allgemeinen Daten, die allgemeine Situation ist weiterhin total okay. Es ist natürlich so, dass wir uns alle gewünscht hätten, dass jetzt endlich der Durchbruch kommt. Und es gab auch eine Chance, klar, aber wenn man gerade 20 Prozent gewonnen hat, wenn man wirklich sich wieder in gute Positionen geschoben hat, wie das Bitcoin getan hat, dann kann man nicht immer erwarten, dass es sofort weitergeht. Ja, das kann passieren, muss aber nicht. Und wir sehen, dass doch einfach die Liquidität das Thema ist, was vor allen Dingen noch fehlt. Wahrscheinlich, und da lege ich mich jetzt mal fest, bei der aktuellen Situation, wird diese Seitwärtstanz weitergehen, bis wir im September das Signal zur Zinssenkung bekommen. Ich glaube, wir kriegen den Pump dann, wenn keiner mitrechnet. Das ist oft passiert. Sicher sind wir uns bei, dass es dieses Jahr noch passieren wird. Bis dahin bleibt nichts anderes weiter übrig, als zu warten, abzuwarten. Ihr guckt bitte weiter. Hallo Krypto. Abonniert den Kanal. Ja, wir machen hier natürlich weiter. Und Tjachi, wie immer. Trade it immer safe. Und bleibt der Blockchain treu.